BC bringt Batman zurück als Digital Collectible auf die WiiWi App. Außerdem schauen wir uns die Drop Details an für Big Trouble, einen sehr sehr spannenden Drop. Außerdem schauen wir uns den nächsten Marvel Comic Drop auf der WiiWi App an, sowie auch Details zum London Police Drop. Dort gibt es auf jeden Fall auch viele spannende Details für Setholder, das und auch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Starten tun wir mit dem Batman, denn DC hat sich entschieden Batman Who Loves aneut auf die WiiWi App zu bringen. Und ja, das in einem sehr spannenden Format. Das Ganze wird hier mit vier Collectibles am 21. Januar am Sonntag, also um 17.00 Uhr in deutscher Zeit, droppen. Und wir werden hier ganz besondere Collectibles bekommen. Und zwar bekommen wir nämlich Batman Who Loves einmal als Rare. Und für all die Leute, die sich jetzt fragen, hey, vielleicht habe ich das schon mal gesehen, das Ganze gibt es tatsächlich auch als physische Statue, aber insgesamt mit ein, vier Charakteren zusammen. Das heißt, man kann sich dann theoretisch gesehen die physische Statue aus den vier Collectibles zusammenbauen. Schauen wir uns jetzt aber den Drop hier einmal an. Das Ganze wird hier für den Batman Who Loves einmal 40 Gems kosten und eine Edition von 2450 Stück haben. Außerdem ist es natürlich keine First Appearance, da wir Batman Who Loves tatsächlich schon in der WiiWi App haben. Als nächstes haben wir dann hier Robin und wie ihr auch schon seht, hier der Listenpreis ändert sich direkt. Denn wir haben hier zwei verschiedene Drops in dem Sinne, denn den Batman Who Loves kann man einzeln kaufen. Das zweite Collectible, was wir sehen werden, ist wie gesagt Robin. Hier wird es einen Listenpreis von 25 Gems haben und eine Edition von 2450 Stück. Außerdem hier auch eine First Appearance tatsächlich. Anschließend haben wir dann hier einen weiteren Robin in einer anderen Pose als Ultra Rare. Das Ganze mit einer Edition von 1800 Stück. Als letztes haben wir dann hier noch eine Secret Rare von Robin. Das Ganze mit auch einer Edition von 1150 Stück. Und man hat sogar noch die Möglichkeit hier etwas zu craften. Und zwar nämlich diese Plate hier mit Dark Knight Metal. Und diese Platte wird man craften können, indem man das gesamte Set hat am Ende. Und es ist übrigens auch nur hier möglich Purchased from the Store. Das heißt, man kann im Prinzip nur mit Store gekauften Collectibles hier auch das Ganze craften. Aufgrund der hohen Editionzahl gehe ich tatsächlich auch davon aus, dass es hier möglich sein wird, das Ganze zu craften, wenn man alles im Store gekauft hat. Es ist natürlich aber trotzdem relativ viel Geld, das man hier investieren muss. Insgesamt sind es hier 115 Dollar, die man investieren muss, um das Ganze zu bekommen. Insgesamt gibt es auch hier nur 1150 Editions. Und das Ganze wird bis zum 4. Februar um 17.00er Zeit möglich sein zu craften. Das Ganze wird außerdem wieder so sein, dass keine Collectibles hier geburnt werden. Das heißt, ihr könnt ganz einfach hier diese Platte dazu minden und müsst nichts verbrechen, sondern braucht lediglich einfach nur das Set. Ich gehe davon aus, dass dieses Collectible tatsächlich ziemlich rare sein wird. Es wird hier übrigens auch keinen Crafting-Preis geben. Das heißt, ihr könnt das Ganze einfach for free minden. Kommen wir zum nächsten Collectible und zwar nämlich von Matt Gondek, Big Trouble. Und dieses Collectible wird wahrscheinlich mit einer der rärsten Collectibles in der gesamten VV-App sein. Zwar nicht das, was man hier vorne sieht, aber ihr werdet gleich sehen, was ich dazu meine. Schauen wir uns den ersten an. Das ist der Originale hier in der Altraire mit einem Listenpreis von 50 Gems und einer Editionzahl von 888 Stück. Das Ganze wird außerdem hier natürlich auch eine First Edition sein. Insgesamt werden hiervon 60 Editions zurückgehalten. Kommen wir zu dem, der am wirklich spannendsten ist und zwar nicht Big Trouble, Black Lagoon. Und dieser wird tatsächlich sehr, sehr special sein. Nicht nur, dass es eine Secretare ist, sondern es wird hier nur insgesamt 16 Stück auf dem Markt geben. Denn ihr seht zwar hier, dass hier 20 steht, aber Vivi wird sich selbst nochmal vier Editions einbehalten. Das heißt, es wird hier auf jeden Fall ein sehr, sehr seltener Drop werden. Jeder, der hier eins von diesen 16 Collectibles bekommt, der hat die Möglichkeit, auch ein physisches zu bekommen, was Matt Gondek selber an dieser Stelle auch sozusagen produziert hat, selber bemalt hat. Finde ich persönlich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Aktion. Das Ganze wird natürlich im Blindbox-Format stattfinden. Das heißt, wer hier auf jeden Fall den Gamble mitnehmen möchte, der kann das natürlich machen. Ich persönlich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten, ob es sich wirklich lohnt. Und hier den Gamble mitzunehmen, um dann eins von diesen 16 Collectibles zu bekommen. Für mich persönlich ist es auf jeden Fall ein Skip, auch wenn ich Matt Gondek feiere. Aber vielleicht für den einen oder anderen, der wirklich seine Kunst extrem feiert und gerne auch ein physisches Collect haben wollen würde, für den ist das sicherlich etwas. Kommen wir zum nächsten Comic-Job und zwar mit der First Appearance of Nebula. Und das Ganze ist Avengers Hashtag 257. Und das Ganze natürlich immer hier mit exklusiven Rare, wie auch Ultra-Covern. Das Ganze wird nächste Woche Dienstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Das heißt, am 23. Januar und mit diesen Covern einmal. Für mich persönlich ist das Ganze auf jeden Fall ein Skip. Ich finde die Cover jetzt nicht ultra ansprechend. Und wenn man sich auch die Daten hier auf Go Collect anschaut, dann sieht man ziemlich schnell hier auch nur 9.8. Gerade mal für 425 Dollar ist einfach nicht allzu viel. Deswegen für mich persönlich an dieser Stelle auf jeden Fall ein Skip. Okay, kommen wir noch zur London Police. Und da muss ich ganz klar sagen, da habe ich es leider ein bisschen verschlafen, diese Nachricht mit auch in dem letzten Video mit aufzubringen. Denn das Ganze ist schon vom 12. Januar. Ich wollte es aber trotzdem auf jeden Fall nochmal mit reingenommen haben. Denn für alle London Police Setholder wird es hier etwas ganz Spannendes geben. Und zwar wird man nämlich die Möglichkeit haben, auf dem Discord sich zu registrieren, das Ganze nachzuweisen und dann ein London Police T-Shirt, sowie einen Sticker und eine Art Card von ihnen zu bekommen. Ich finde es persönlich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Aktion, auch hier wieder von kleineren Künstlern, beziehungsweise von allgemeinen Künstlern auf jeden Fall mehr Utility zu bekommen. Das zeigt auf jeden Fall, wie viel möglich insgesamt ist, auch bei den großen Brands. Von daher bin ich da auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Dass wir auch, ja, nicht solche Dinge, aber tatsächlich auch insgesamt Utility irgendwann bei Disney sehen werden. Und das war es jetzt auch schon wieder mit dem gesamten Video. Hatte das ganze gesamte Video gefallen, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche dir da draußen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgenmittag oder Abend und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.